alle Leute und herzlich willkommen zurück bei TAKTO! Du bist kein Hund, du bist kein Hund, du bist kein Hund. Bin ich ja nicht. Hat er gesagt, dass ich ein Hund bin? Ja siehst du. Was heulst du dann? Ich heule doch nicht. Das war so ein Hunde... Deine Mutter ist ein Hundejaoin. Machen wir ein anderes Thema. Wir haben... Wir haben Schatz im System schon. Die Crary hat Schatz abgebaut. Ich hab mir grad welche geklaut. Ich muss gleich anfangen mit Zaubern, weil Zaubern ist cool. Wie macht man nochmal so einen normalen Zauberstab? Einen Schad, einen Stick und noch? I don't know... Nein, ein Gold... Ja, ich hab dir doch gesagt, komm runter, dann können wir hier zusammen. Dann können wir hier zusammen zaubern. Nein wollen wir nicht. Ich will das nicht. Ich mag dich nicht. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Das ist einfach ein Problem. Hier unten ist so ne geile Area und du bist einfach so scheiße. Mh... Mh... Aber bitte, wenn du es nicht willst, dann... Äh, nicht. Halt. Will ich es nicht. Ja. Was mach ich denn da den Boden? Aus Holz oder Wolle? Wolle oder Holz? Wolle wär cool. Ich mach ihn aus Wolle. Wolle und zaubern und... passt alles. Lege ich gerade oder so? Mh... Nein, eigentlich nicht. Dann lege ich im Game. In-Game. Oder? Wollen wir es abbauen? Ich weiß es nicht. Also ich kann abbauen. Ja, im Game lege ich. Jetzt leckst du auch den Terrassen. Ach, wunderschön. Jetzt fängt es an. Jetzt geht es wieder los. Der Alltag. War ja auch lang genug schön. So. Ähm... Wie mach ich denn das jetzt hier? Kann man sich denn als Yu Yu mit der Wolle herstellen? Das wär immer cool. Kann man das... So, ja. Hier kann man sich doch die Rezipter zeigen. Also du bist zu laut, wenn du nicht redest. Rede mehr, rede mehr, rede mehr. Rede, rede, rede. Geht nicht, wenn ich lege. Oder lege ich noch? Eigentlich nicht. Ja, ich lege noch. Oh, so ein ganz kleines bisschen. Ähm... Nein. Ausrufezeichen. So. Alles nix damit. Zuckerrohr brauchen wir. Die Zuckerrohrfone muss hier unten auch noch hin. Hä? Das muss ja alles noch... Hä? Warum geht das nicht mit diesem schönen... Was denn, was denn, was denn, was denn, was denn, was denn? Aaaaah! Doesn't not have enough charge. Was zum... Auf einmal charge. Den musst du aufladen lassen. Der steht auf Wiss dran. Du... Spasti. Ja, und wie lade ich den auf? Wie lade ich den auf? Einfach in der Hand lassen und warten. Einfach hinhalten oder nicht? Ja. Geht nicht. Dann wirst du zu doof. Dann lass das Zaubern sein. Ich hab letztes Mal mehr erreicht als Turmzaubern. Ja, also. Ja, aber du hast es ja schon wieder verlernt. Ja, das stimmt allerdings. Und das ist gerade mal vielleicht zwei, drei Monate her. Nein, länger oder nicht? Oh, das waren jetzt zwölf, sechs Monate. Das war vielleicht ein bisschen viel. Naja. Ach, Quatsch. Wobei ich eigentlich nur, wenn ich mit der Säge arbeite, eigentlich nur Cover brauche. Ähm. Scheiße. Ich muss Blumen sammeln. Haben wir noch Bohnen? Ich glaub mein Za... Ey. Sollten wir theoretisch haben. Ich glaub mein Zauberstab ist verbuggt. Verbuggt? Verpackt. Wie kann ein Zauberstab verbuggt sein, bitte? Guck dir den noch an. Ich geb dir jetzt zwei Zauberstäbe. Wo bist du? Meister Propper. Ich hab keine Zeit für dich. Ich zeig dir das jetzt einfach. Es ist mir scheißegal. Look, hey, ma... Richtig verschluckt. Look at my one. My one is amazing. This one current... ...dusty man in winter. Zero twist. Müssen wir da irgendwas machen? Haben wir was vergessen? Vom Mod her oder so? Ich hab keine Ahnung. Anscheinend schon. Ich hab's von... Nein, das können wir nicht sein. Doch. Ich hab... Das passiert auch aufwendig auf... Äh... Äh... Bücherregal. Klick. War es dann passiert gar nichts? Dann wird mir eine Meldung angezeigt. Und zwar... The one doesn't know... Äh... Not have a charge to the end. Ja, mit Blutland. Ja. Aber... Warum lebt das nicht? Tja, warum lebt das das? Verpackt. Ja... Hast du schön gemacht. Alles ist deine Schuld. Ja, ich kann ja nicht... Weißt du... Alles ist deine Schuld. Ich kann ja nichts dafür. Doch. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Äh... Es funktioniert doch sonst alles, oder? Eigentlich ja. Ah... Guck mal in Feed the Beast, was die alles für Mods haben. Und was mit Soundcraft zusammenhängt. Augenblick. Und ich muss gerade mal ein bisschen Wolle weg tun. Ich hab ein bisschen weh gemacht. Ähm... Was soll ich denn nachgucken? Ich... Manchmal... Was soll ich denn nachgucken? Nach... Keine Ahnung. Ob... Ob da was mit Dings und so. Ob da was mit Dings und so. Da nach, bitte so. Was hängt mit Soundcraft alles zusammen? Warum... Warum funktioniert in Soundcraft die... Zauberstäbe nicht? Das kannst du doch googeln. Du bist doch ein schlauer Mensch. Das ist nicht... Gesund. Ich... Hab gar nichts gehört. Ich als schlau bezeichnete. Ich bin nicht als schlau bezeichnet. Haben wir noch ein... Minium Stone irgendwo. Das ist so wunderschön. Haben wir noch einen Minium Stone? Ja, ich hab deinen. Ich hab deinen. Immer noch. Dann gib mir meinen Stein. Ja, heute ist Samstag. Bitte. Ja, komm her, ein Stein. Wo bist du? Dann kriegst du deinen Stein. Wo bist du? Achso, unten im Keller. Unten im Keller. In welchem? Achso. Hab ich dir auf die Treppe geschm... ...schm... Ja, in meinem Keller. Im welchen? Wir haben mehrere Keller, falls dir das nicht aufgefallen ist. In meinem Keller. In deinem Keller. Wollte ich doch schon alles sagen, oder? In meinem Keller. Okay, warte. Ähm. Nee, 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 nee. Dein Handy ist cool. Danke schön. Und das ist immer noch mein Kartoffel-Tablet. Dein Kartoffel-Tablet. Dein Kartoffel-Tablet? Hübs hat sein Kartoffel-Tablet geschrottet. Ja, fängt's an die große Glocke. Mach ich. Mach ich durchaus recht gern. Nein. Ich weiß. Ich weiß. Das war die falsche Blume. Ich hoffe mal, das reicht, wenn ich da draus Cover mache und so. Ist das Towncraft 3? 2. 2 oder 3? Soll ich dir nachgucken? Ich hab drei. 3.0.5.e. Ich guck im Serverort. Na, na, na. Oder geh doch mal ins Singleplayer und probier mal da. Das darf ich mir sehen. Oder soll ich das machen? Äh, Singleplayer. Ja, ich mach schon. Ich mach schon. Ich mach schon. Ich muss niesen. Don't do that. So haben wir jetzt genug Blumen. 18. Das sind 36. Ich glaub, ich hab auch deine Welten. Ha, ich hab deine Baumfarm. Wuuu, ich hab deine Baumfarm. Wie kannst du die haben? Du hast mir doch den ganzen Ordner geschickt. Ja, ja. Ich hab deine Baumfarm. Du kannst auch ein Problem machen. Und eigene Let's Plays wie das damit braucht. Ja, ja. Dafür brauch ich jetzt besser. Und... Also was soll ich jetzt... Ja, lag erstmal im Singleplayer. Ja. Ob das... Ob die Zauberstäbe im Singleplayer funktionieren. Ja. Kannst du doch gucken. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Gibt's noch andere Wands? Oh, das sieht so geil aus, wenn dieses Buch in der Luft schwebt, ne? Wands aus der... Ich mach grad mal einen kleinen Cheat. Moment. Nein. Ja, nur um zu gucken, ob die anderen Zauberstäbe funktionieren. Ne, 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 ne. Moment. Ach, ich mein, Inventar ist doch voll gelöst. Einmal bitte den Cheat-Mode und... Gucken wir mal. Ja, das ist natürlich... Also das funktioniert hier. Wenn ich jetzt ein Bücherregal anklicke... Jetzt können wir ja danach alles wieder löschen. Steht da ein scheiß Bücherregal. Einfach mal alles ist scheiße. Erst recht, er lädt sich nicht wieder auf. Ähm... Hast du grad was gesagt? Ich hab grad mein Headset... Ich muss mal ein bisschen was googlen. Wie viele Minuten haben wir denn? Zehn Minuten. Na gut, okay. Dann müssen wir mal ein bisschen was googlen hier. Warte mal... Was mach ich hier? Leck mir doch die Eier an. Ich glaub, wenn doch wollen wir unter Wasser. Server went... Does not... Hallo? Oh, jetzt nicht mehr. Recharge... Ich guck jetzt mal. Nö. Oh, mein Bookshelf ist weg. Warum ist mein Bookshelf weg? Warum ist mein Bookshelf weg? Äh... Soundcraft went off a precinct isn't recharging Wizz. Hast du mein Bookshelf? Yes, I'm standing... Nein, ich hab kurz gecheatet und wenn man sich gecheatet sind die Dinger aufgeladen. Dann hab ich kurz geflickt und das hat funktioniert. Aber er lädt sich trotzdem nicht wieder auf. Feel free to enlighten me on what I am doing wrong. I have the same problem. That is... Mine is not taking up any Wizz in the door. Boah, das ist doch nicht während der Aufnahme. Doch, das muss ich jetzt machen. Hm. Weil es ist ja scheiße. Ähm... Unser Server's Auras seem to be spreaded out much more. Aber unser Englisch hört sich so kacke an. Ich weiß. Wir machen kurz... Oder wir machen... Folgenende ist zwar ein bisschen kurz, aber... Dann können wir uns kurz reinlesen und... Joa, gucken wir mal, ne? Mhm. Tut uns leid. Tut uns leid. Ja, tut uns leid. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!